Nach einem Unfall gestern Abend liegt Florian Silbereisen nun in einem Fake-Drama im Krankenhaus. Eine herzzerreißende Nachricht hat die gesamte Unterhaltungsbranche und die Fans in Aufregung versetzt. Florian Silbereisen, berühmt für seine Stimme und sein künstlerisches Talent, hatte einen Unfall und liegt derzeit in kritischem Zustand im Krankenhaus. Dieser Vorfall hat in der Öffentlichkeit eine Welle der Besorgnis und des Bedauerns ausgelöst, da ein Künstler, der von vielen Menschen geliebt und respektiert wird, vor schwierigen Herausforderungen steht. Erfahren Sie mehr über dieses Ereignis und seine Bedeutung in den Herzen der Fans und der Community. Florian Silbereisen, einer der Topstars der deutschen Unterhaltungsbranche, ist bekannt für seine außergewöhnliche Stimme und sein vielfältiges schauspielerisches Talent. Durch aufregende Auftritte und emotionale Lieder hat er die Herzen von Millionen Menschen erobert. Florians Karriere zeichnet sich nicht nur auf der Bühne aus, sondern er streckt sich auch auf viele andere Bereiche wie Fernsehen und Kino. Die Nachricht vom Unfall von Florian Silbereisen löste in der Öffentlichkeit große Besorgnis und Bedauern aus. Als er gestern Abend von einer Kunstveranstaltung zurückkam, hatte er einen schweren Verkehrsunfall. Der Vorfall führte dazu, dass er sofort ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und sich in einem kritischen Zustand befindet. In Medien und sozialen Netzwerken veröffentlichte Bilder von Florian Silbereisen verbreiteten sich schnell und erregten große öffentliche Aufmerksamkeit. Die Fans waren sehr besorgt und konnten nicht umhin, ihr Bedauern über die Situation ihres geliebten Künstlers zum Ausdruck zu bringen. Für viele Menschen ist dieser Vorfall für Florian Silbereisen nicht nur eine persönliche Tragödie, sondern auch eine Warnung vor den Gefahren und Folgen von Verkehrsunfällen. Dies ist eine deutliche Erinnerung an die Notwendigkeit, bei der Teilnahme am Straßenverkehr die Kontrolle über die Situation zu behalten und die Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Für die Familie und die Angehörigen von Florian Silbereisen ist dies eine schwierige und traurige Zeit. Die Sorge und die Hoffnung auf seine Genesung verbreiten sich in der gesamten Gemeinschaft und werden von allen geäußert. In einer Kulturbranche voller Druck und Konkurrenz ist die Tatsache, dass Prominente wie Florian Silbereisen vor Herausforderungen und Gefahren stehen, nicht nur eine Lektion für sich selbst, sondern auch eine Erinnerung für alle Menschen. Diese Veranstaltung hat in der Gemeinde Aufmerksamkeit und Konsens über die Bedeutung der Verkehrssicherheit und der Gesundheit der Menschen in ihrer Umgebung hervorgerufen. Vor dem Hintergrund dieses Vorfalls sind sich alle einig, dass er Florian Silbereisen eine schnelle Genesung und eine Rückkehr zu guter Gesundheit wünscht. Hoffentlich wird die Botschaft der Aufmerksamkeit und Verkehrssicherheit immer weiter verbreitet und dazu beitragen, dass Risiken... ...Zeit haben, der Minister hat es auf dem runden Tisch ja auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass die Impfungen davor zumindest zum Teil schützen können. Aber ich glaube, die wichtigste Botschaft von dir und von mir ist, lasst euch beraten, sucht eure Hausärztin, euren Hausarzt auf, auch ApothekerInnen dürfen beraten, viele Apotheken impfen auch, oder in Apotheken kann man geimpft werden. Das klingt sonst so, als würden dort keine Menschen arbeiten, die das Impfen übernehmen und auch die Impfaufklärung. Also holt euch Beratung, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch Bedenken habt oder Sorgen habt, auch ob der richtige Zeitpunkt jetzt schon erreicht ist. Prinzipiell sagt man tatsächlich eben zwölf Monate mindestens nach dem letzten Antigenkontakt, kann die Impfung, kann die Infektion gewesen sein. Und natürlich macht es...